Hallo und Willkommen bei Arter und Koala Bär. Unser Motto ist, wie werde ich zufriedener und freier in meinem Leben? Ich bin Nicole und ich bin Andi. In diesem Podcast reden wir über geistige Gesundheit, das Leben und was es mit uns macht. Dabei krallen wir uns Themen, die uns gerade beschäftigen, erzählen Geschichten aus dem Leben. Viel Spass in den nächsten Minuten und wir hoffen, wir können euch inspirieren oder einige spannende Gedanken mitgeben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was macht Stress mit uns und wie kann ich besser damit umgehen? Wir geben euch einen kleinen Einblick in mögliche Situationen. Wie äussert sich Stress körperlich und psychisch? Wir möchten euch Hilfsmittel an die Hand geben, wie ihr besser mit Stress umgehen könnt. Stress ist in aller Munde und in der heutigen schnelllebigen Zeit immer präsent. Viele sind 24-7 online immer erreichbar und das kann Stress auslösen. Aber was bedeutet das Wort wirklich? Nicole ist für diese Folge für euch auf die Suche gegangen. Wir möchten Tipps und Hilfestellungen für den Alltag geben. Wir gehen nicht vertieft auf Themen ein wie posttraumatischer Stress, chronischer Stress oder psychosomatische Störungen. Das Thema Stress ist sehr breit. Vielleicht gehen wir die Themen dann, die Spezialthemen bei einem späteren Podcast an. Genau. Wie Andi sagt, leben wir heute in einer sehr schnelllebigen Zeit. Menschen nehmen sich oft für ihre zur Verfügung stehende Zeit zu viel vor, machen sich viele Gedanken über die Zukunft, machen sich Sorgen oder denken auch, wie muss ich sein, damit ich hier in diese Gesellschaft reinpasse? Was muss ich für Hobbys vielleicht haben? Wo muss ich erfolgreich sein? Was heißt überhaupt erfolgreich sein? Und dies kann natürlich Stress auslösen. Wir haben uns einige Definitionen angeschaut, damit wir euch einen einheitlichen Blick auf das Thema geben können. Und fanden von Dosh Huck-Frefer und aus dem Buch Psychologie von Richard Gehring die Definition am besten. Da heißt es, im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Stress eine subjektiv unangenehm empfundene Situation, von der eine Person negativ beeinflusst wird. Und da möchte ich vor allem nochmal darauf hinweisen, subjektiv unangenehm steht dort drin. Das heißt, für jeden Einzelnen kann Stress ganz, ganz unterschiedlich sein. Das heißt, ich empfinde etwas extrem stressig und Andi sagt, was machst du eigentlich? Ist doch ganz normal. Und vor allem der negative Stress wird auch Distress genannt. Da gibt es natürlich auch die andere Medaillenseite, das ist der anregende positive Stress, der auch Eustress genannt wird. Und wie gerade auch gesagt, Personen reagieren extrem unterschiedlich auf unterschiedliche Reize. Diese Reize werden Stressoren genannt. Die Reaktion auf Stress kann auch auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das heißt, auf vier Ebene. Psychologisch, das heißt körperliche Reaktion, dass ich nervös bin, dass ich ein Herzklopfen habe. Behavioral Stress, also Verhaltensreaktion, wenn ich Stress habe, wenn ich Termindruck habe, dass ich die Reaktionen sind zum Beispiel Überstunden, dass ich auch emotional reagieren kann. Ich bin wütend, ich bin traurig. Das kann auch Reaktion auf Stress sein oder auch kognitive Reaktion. Das bedeutet, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, bin komplett durch den Wind. Das sind unterschiedliche Aspekte von Stress. Und wir hoffen, wir können auf dieser Grundlage, dass wir da weitergehen und uns darauf beziehen können im weiteren Verlaufe des Podcasts. Genau. Was wir uns gefragt haben ist, geht es denn ganz ohne Stress? Gibt es ein stressfreies Leben? Wäre das ein Lebensziel und ist es überhaupt erreichbar? Und für mich ist die Antwort ganz klar, ja, das wäre ein Lebensziel und es wäre sehr, sehr schön, aber es wäre wohl ein sehr unrealistisches. Dass der Realist in mir sagt, nee, das ist nicht möglich, wir sind nicht so gebaut, wir Menschen haben diese Eigenschaft. Und der Eustress, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf, der zeigt auch wieso. Es ist wichtig, es ist evolutionär wichtig. Aber es gibt auch einen anderen, modernen Ansatz und der ist, der Stress kann im besten Fall, und zwar jetzt egal, ob das jetzt der gute oder der schlechte in Anführungszeichen Stress ist, der kann mich herausfordern auf die gute Art und Weise und die Herausforderung, die Schwierigkeit, die da ist, die kann ich meistern. Der bringt mich an Orte, wo ich Dinge lernen muss, ich kann mir neue Themen aneignen dadurch. Und so haben wir tatsächlich laufend, ständig, täglich diese Herausforderungen und persönlichen Bedürfnisse, die wir lösen müssen, früher, damit wir überleben konnten und heute, damit wir gedeihen und wachsen können. Und das ist, ja, es ist wichtiger, ein Leben ohne Stress ist wohl nicht möglich, ausser du bist der Dalai Lama, aber auch nicht so krass wünschenswert. Was weniger wünschenswert ist, ist, dass der Stress chronisch wird. Chronisch oder so stark, dass wir ihn eben auf keine Art und Weise mehr bewältigen können. Von wie vielen Menschen oder wie vielen Betroffenen, von was für Zahlen reden wir hier? Und da gibt es eine Statistik, da gibt es ganz viele Statistiken, das ist im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Schwierigkeiten, wird das seit vielen Jahren gut eigentlich beleuchtet, erforscht, erfragt. Und was mir gut gefällt, ist eine Forsa-Umfrage. Wir nehmen hier häufig deutsche Zahlen, sie sind einfach a, besser und häufiger als die Schweizer Zahlen. Wir machen das Ganze hier in der Schweiz. Aber dadurch, dass das Land so viel grösser ist, werden einfach schlicht und ergreifend a, mehr Umfragen gemacht und b, mit mehr Menschen. Die Umfragen sind wirklich dadurch besser, aktueller und aussagekräftiger. Und diese Forsa-Umfrage haben die im Auftrag einer Krankenkasse Personen befragt, und zwar 2013, drei Jahre später 16 und dann nochmal fünf Jahre später 21, ob sie gestresst sind. Und zwar vier Stufen, häufig, manchmal, selten oder nie. Und was auffällt, sind in meiner Optik zwei Dinge. Und das eine ist, dass, wenn man jetzt häufig und manchmal nimmt, das darf man, glaube ich, zusammennehmen, dann sind wir da bei in jedem Jahr über 50 Prozent. Aber die Häufigen, die sind gewachsen von 20 auf 26, und das ist massiv, das ist viel. Von 20 auf 26 und 30 Prozent mehr, das ist doch unglaublich. Ist nun erstaunlich, ist wirklich eindrücklich, diese Zahlen auch mal zu hören, um sich einen Eindruck wirklich zu machen. Dass das nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern dass das auch mit Zahlen unterlegt ist. Genau. Und da kannst du auch jede Statistik nehmen, die du willst. Das nimmt zu. Dadurch ist dann so die Kombination dieser beiden Dinge führt dazu, dass Menschen, die häufig, manchmal, halt eben laufend immer wieder sich gestresst fühlen, da waren wir mal vor über zehn Jahren bei ungefähr knapp 60 Prozent und jetzt sind wir bei knapp 70. Also ich finde es schon, das ist eine ziemliche Steigerung. Genau. Aber eben, die reine Zahl, 70 Prozent, also das ist ein Thema. Es ist ein Thema für jeden, mich beeindruckend, die immer noch neun Prozent Menschen, die sagen, sie seien nie gestresst. Da würde ich diese gerne interviewen, um zu schauen, wie machen sie das? Weil wenn, gerade wo du die Zahlen genannt hast, 70 Prozent, wenn ich in einem Meeting bin mit zehn Leuten, sieben davon sind häufig bis immer gestresst. Wahnsinn, die Zahlen. Sich das einfach mal in einem Meetingraum vorzustellen, wie viele das sind. Auch ein wenig erschreckend ist das dann doch schon. Andi, wenn du zurückschaust, welche Situationen lösen bei dir Stress aus? Was geht dir da in den Kopf vor und gibt es irgendwelche Auslöser, die du für dich erkannt hast? Das Interessante finde ich ja, dass sich, ich glaube nicht nur bei mir, die Auslöser für diesen Stress, dieses gestresst fühlen, sich verändert haben im Verlauf meines Lebens. Früher konnten mich Dinge stressen, die mich heute kalt lassen oder entspannt lassen. Nicht kalt, sondern entspannt, die ich händeln kann von Anfang an. Das hat zum Teil damit zu tun, dass ich meinen Lebensstil geändert habe. Ich war früher ein unpünktlicher Kerl. Ich habe das aber nicht entspannt gemacht, sondern ich war gestresst dabei. Also ich war a, unpünktlich und b, gestresst, dass ich unpünktlich war. Dadurch eigentlich konstant immer im Stress, weil ich ja immer unpünktlich war. Und dadurch, dass ich gelernt habe, meine Zeit besser zu managen, muss ich nicht mehr unpünktlich sein und dann kann mich das auch nicht mehr stressen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass mich das sowieso nicht mehr stressen würde, weil ich grundsätzlich ein bisschen entspannter im Leben stehe. Früher konnten mich Finanzdinge nicht stressen, als ich ein Student war oder so und zu wenig Geld hatte oder während meiner Karriere als Musiker, wo es am Anfang auch eng war mit dem Geld und dem Lohn, das hat mich überhaupt nicht gestresst. Das war völlig entspannt und das hat sich geändert. Ich bin nicht mehr so entspannt. Ich mag diesen finanziellen Druck nicht spüren, also organisiere ich mich besser. Ich konnte früher problemlos eine Rechnung monatelang liegen lassen und habe dann bei der dritten Mahnung bezahlt. Das kann ich nicht mehr, das stresst mich total, wenn ich den Brief kriege. Nur schon die erste Mahnung, das geht nicht mehr. Und das ist so, genau, das ist jetzt ein Stressor für mich. Ich habe vergessen, Rechnungen zu bezahlen. Ist übel. Andere Stressoren, die neu sind, die ich jetzt habe, sind soziale. Früher hat es mich gestresst, wenn ich das Gefühl hatte, der Mensch vis-à-vis, der mag mich nicht so. Das hat dich gestresst? Ja, genau. Es ist eigentlich noch extremer. Es hat mich gestresst, wenn der mich nicht geliebt hat. Ich wollte beliebt sein. Ich wollte, ich wollte, ich war ja auch ein Sprücheklopfer und musste brillieren und musste eine Runde im Restaurant oder so dominieren und der Entertainer sein und der coole, zynische Typ. Ich wollte gefallen und ich merke jetzt mittlerweile, und der hat sicher das Coachsein, dass wir ja beide sind. Und das Feststellen, das geht nicht immer, das geht sogar eigentlich einigermassen selten, dass man immer allen gefällt. Der hat mir sehr geholfen, die Ruhe zu finden und feststellen. Ich glaube, der, der findet jetzt gerade, der Andi, das ist ein Arsch, aber okay, so wie, das stresst mich nicht mehr. Und früher hat mich das gestresst. Es ist noch spannend, wie sich das dann auch verändern kann. Was sind deine Erfahrungen? Gibt es bei dir Situationen, die dir einfallen in Bezug auf Stress? Ja, sind, also ich finde es noch ganz spannend, das hat sich auch im Über-, in der Zeit oder im Laufe der Zeit hat sich das auch verändert. Wenn ich so zurückschaue, das ist jetzt aber auch schon so acht, neun Jahre her, da gab es ein-, zweimal im Jahr gab es Situationen, wo ich einfach dachte, hey, ich bin so gestresst. Also es ist wirklich, dass alle Reißlein oder Netze, die man sich aufgebaut hat, dass die komplett irgendwie zusammen kippen. Also ich kann mich noch an eine gute Situation erinnern. Mein Sohn, der war damals noch klein und der wurde gerade krank. Ich hatte zum gleichen Zeitpunkt ein sehr großes Projekt als Projektleiterin. Das war ein Migrationsprojekt, sehr hohe Management, Attention. Und ja, wir waren da so ein bisschen in Schieflage, das heißt, man musste regelmäßig berichten, Statusreports machen und so weiter. Und da war genau an diesem Tag, mussten wir Reports machen, ich musste präsent sein, mein Sohn war krank. Mein Mann und ich, wir organisieren uns so, dass wir beide auch die Verantwortung übernehmen und wenn so etwas passiert, dass wir die Kalender aneinander hängen. Und das war dann so, am Vormittag musste ich dann ins Büro, am Nachmittag konnte ich mich dann um meinen Sohn kümmern und umgekehrt. Mein Mann hat sich am Vormittag gekümmert. Aber das war wirklich, es hat sich so angefühlt, ich weiß nicht, ich wollte überall gleichzeitig sein, wollte mich wirklich zerreißen. Und das waren, ich nenne es, man hat ja ganz viele Bälle in der Hand und jongliert, dass das alles irgendwie im Alltag funktioniert. Und diese Bälle, die sind eigentlich gleichzeitig auf den Boden gefallen und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, war extrem nervös. Ja, Herzklopfen, Gedanken konnte ich nicht mehr ordnen und es gab wirklich so ein Gefühl, als wenn ich verrückt werden würde, als wenn irgendwie alles innerlich platzen würde. Also riesige Steine auf den Schultern, dass man irgendwie überall funktionieren muss. Und solche Situationen am Anfang hatte ich wahrscheinlich ein, zweimal im Jahr und man lernt ja zum Glück ein wenig draus. Und mit der Zeit gibt es dann auch, wenn wieder so eine Situation auftaucht, dieses Beruhigtsein, das Leben ist so, wie es ist und ich muss nicht überall funktionieren. Und ja, Dinge kann man auch verschieben und weil es jetzt heute nicht so stattfindet, wie ich mir das im Kopf dann ausgemalt habe, wird keiner sterben. Also ich bin ja zum Glück nicht irgendwo in einer Unfallmedizin oder wie auch immer tätig, dass Menschenleben dran hing und dieser Gedanke hilft einfach. Und auch die Erfahrung, wenn man dann auch beruflich einfach sagt, hey, ich kann jetzt gerade nicht oder auch privat sagt, hey, es geht gerade nicht, dass man da eigentlich sehr gute Reaktionen hat. Ja, ist in Ordnung, wann machen wir das dann? Das, was ich mir im Kopf ausgemalt habe, das ist jetzt wichtig und das muss jetzt gemacht werden, alles sofort gleichzeitig, dass das gar nicht notwendig ist. Und deswegen hätte ich das früher schon gewusst und hätte ich das damals schon irgendwie angewendet, aber es ist ja ein Lernprozess. Ich glaube, dann hätte ich manche Herzrasen-Verrückte oder Gefühl des Verrücktwerdens mir ersparen können. Und ja, und was ich sonst noch für Situationen habe, ja, zu spät kommt pünktlich sein, dass ich mir da versuche, immer mal wieder Puffer regelmäßig einzubauen, weil für mich ist dann, mich stresst es, unpünktlich zu sein, weil dann auch so Gedanken immer wieder kommen. Ja, wenn ich jetzt nicht pünktlich bin, dann nimmt die andere Person das Übel, es ist keine Wertschätzung, ich schätze ja die Person wert und wenn ich ein paar Minuten später da bin, dann kann ich das gar nicht zeigen. Und wenn ich dann aber kurz erläutere, was passiert ist, dann bekomme ich eigentlich auch ein ganz gutes Feedback. Ja, kein Problem, dass man eigentlich viel verständnisvoller ist, als ich mir das manchmal ausmale. Und im Hinterkopf haben, hängen keine Menschenleben dran. Und das nimmt mir dann den Stress schon wieder. Und dein eigenes eben auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen der Scherz an der ganzen Geschichte, oder du? Es hat ja etwas sehr Evolutionärs und eben auch Archaisches, weil eben körperlich wird da eine Situation als bedrohlich und notfallmässig empfunden. Und das ist ja, das ist der Löwe in der Savanne, der hinter dem Busch hervorkommt, oder? Und wenn ich jetzt nicht gestresst bin und meinen Körper rauffahre und eben in diese Stresssymptome reinkomme, die du zum Teil schon erwähnt hast, dann werde ich gefressen. Das ist ganz einfach. Dann sterbe ich, oder? Aber das tun wir heute nicht mehr. Aber es ist immer noch das gleiche Prinzip. Es gibt da so eine typische, eben ganz typische Stresssymptome, Aktivitäten, die in den Nerven und Drüsen und Muskeln und im Hirn natürlich ausgelöst werden, damit wir fight or flight, dass wir kämpfen oder flüchten. Üblicherweise wäre es dann beim Löwen wahrscheinlich eher nicht der Kampf, aber da geschieht was. Die Atmung wird schneller und tiefer. Wir brauchen mehr Sauerstoff. Unser Körper realisiert, ich brauche jetzt ganz viel Sauerstoff. Das Herz schlägt schneller, ich brauche den Sauerstoff schneller, also schlägt das Herz schneller. Blutgefäße ziehen sich zusammen, der Blutdruck steigt, die Muskeln öffnen, Luftwege, damit noch mehr Sauerstoff reinkommt. Die Verdauung setzt aus. Das brauchen wir nicht, weder zum Kämpfen noch zum Flüchten, also ganz sicher keine Energie in die Verdauung stecken. Adrenalin pusht, die Leber erzeugt mehr Zucker. Das brauchen die Muskeln zum Kämpfen oder auch zum Flüchten. Ein riesiger Hormoncocktail, etwa 30 verschiedene Hormone werden vermehrt ausgeschüttet. Mit dem Schwitzen kühlen wir den Körper, der jetzt da angeregt wurde. Da wird einem richtig schwindelig, wenn man das wirklich sich einfach mal vorstellt und was da alles in unserem Körper wirklich da durchgeführt wird. Was der Körper da macht und auch als ich gerade die Situation erzählte, habe ich wieder gemerkt, dass ich körperlich wieder in oder geistig in diese Situation mich hineingeführt habe. Und genau wieder das abgelaufen ist, was du gerade beschrieben hast. Das ist Wahnsinn und glaube ich ganz gut, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Wir können uns in die Situation zurückversetzen, in der wir gestresst waren und fühlen das wieder. Und eben noch krasser, offensichtlich können wir uns sogar in eine Situation zurückdenken und fühlen, in der wir noch gar nie waren. Das ist nämlich die mit dem Löwen. Und dort hat das alles Sinn gemacht. Und jetzt, wenn ich gestresst bin, weil ich einen Termin nicht einhalten kann, macht es nicht mehr so viel Sinn, dass meine Verdauung aussetzt. Wahrscheinlich sollte ich sogar was essen, weil ich sowieso ein bisschen Unterzucker habe. Aber wie auch immer, mein Körper, der weiss nicht, dass ich jetzt einfach einen Termin verschlafen habe, sondern der hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, da ist ein Löwe hinter dem Busch. Und das ist jetzt natürlich keine grosse Hilfe mehr, sondern im Gegenteil häufig eben eher ein Hindernis. Also gerade das Adrenalin, das wir ausschütten, das ist so ein massiver Eingriff in unser Hirn, dass wir eigentlich nicht mehr wirklich denken können. Wir können rennen und flüchten und kämpfen, aber wenn wir jetzt in die Sitzung gehen, in der wir gestresst sind, weil wir zu spät kamen, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr wegen all diesen Dingen, von der Verdauung, die spinnt und unser Hirn, das überflutet wurde mit Hormonen und Adrenalin. Ja, dann kommen wir einfach in den nächsten Stress rein, weil wir nicht flüchten oder kämpfen sollten, sondern einfach wieder existieren und normal funktionieren. Ja, vor allem auch genau diese körperliche Reaktion kann auch dazu führen, dass wir Verspannungen erhalten. Einige Personen, die, wenn sie zu viel Stress haben, bekommen Nackenverspannungen, das kann dann wieder auch zu Kopfschmerzen führen. Dann Bauchschmerzen, unser Bauch wird ja auch so ein bisschen das zweite Gehirn genannt. Wenn wir Stress haben, dann schlägt es uns direkt auf den Bauch, mögen nichts mehr essen, haben vielleicht sogar Bauchkrämpfe. Also bei mir habe ich das manchmal, da habe ich einfach so Bauchkrämpfe, ich weiß nicht warum. Und wenn ich dann einfach mal den Tag Revue passieren lasse, ist so, ah ja, genau, ich glaube, zu viel Stress und zu wenig Pausen eingelegt. Dementsprechend auch Verdauungsprobleme, ich meine, wenn die Verdauung einfach mal eingestellt ist, kann es sein, dass ich vielleicht auch einfach nicht mehr auf Toilette gehen kann. Was auch noch ganz spannend war, als wir uns darauf vorbereitet haben, Zähne knirschen, das merke ich. Das mache ich gerne, wenn ich verspannt bin, auch wenn es nicht stressig ist, aber manchmal auf bestimmte Situationen merke ich, oh mein ganzer Kiefer tut weh, dass wirklich Zähne knirschen, also dass ich Zähne geknirscht habe und dann merke ich erst, dass ich Stress hatte im Nachhinein. Hautprobleme können sich auch daraus ergeben, dass ich wirklich abends komplett müde und schlapp bin, keine Energie mehr habe und auch, dass wenn ich zu viel Stress habe, dass ich auch in Richtung Atemnot gehen kann. Weil ich wirklich so nicht tief atme, sondern wirklich flach atme habe und dass ich dann wirklich in eine Atemnot vielleicht auch im Extremfall geraten kann. Ja und das kann dann wieder langzeitig zu einem, wenn ich zu viel Stress, zu lange habe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Reizdarm oder auch Einfluss auf das Immunsystem haben, dass ich vielleicht öfter krank werde, weil ich zu viel Stress habe. Das finde ich wirklich noch wieder eindrücklich, zu sehen, was der Körper mit uns macht, weil wir Stress haben, obwohl uns das vielleicht gar nicht so auffällt. Oder im Extremfall Krebs. Auch das. Eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau. Also ein Herzinfarkt zum Beispiel. Absolut. Also ohne jetzt irgendwie dramatisch wirken zu wollen, aber natürlich kann Stress zum Tod führen. Das ist, wenn wir es nicht anschauen oder wenn wir es zu fest in unser Leben integrieren. Das ist eine große Gefahr. Wir sind unglaublich gut an, uns an Dinge zu gewöhnen. An Schmerzen, aber eben auch an innere Schmerzen und innere Belastungen wie zum Beispiel Stress. Ja, was mir gerade von Gedanken kommt, das kann ja auch ein Statussymbol sein. Ich weiß noch, ich hatte eine Phase vor 10, 15 Jahren, wo ich irgendwie Stress cool fand. Ja, weil Stress ist, oh, ich habe immer was zu tun, ich bin immer beschäftigt und Stress ist cool. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so, nee, ist doch nicht so gut. Ich habe nicht mehr so gut geschlafen. Ich bin ständig in diesem Zustand. Ach ja. Und irgendwie tat mir das nicht gut. Wir bewundern Menschen, die offensichtlich gestresst scheinen, aber das auch offensichtlich im Griff zu haben scheinen. All die ganz grossen Manager-Typen wie Steve Jobs und diese Figuren, die haben immer, immer, immer wieder, haben die zum Beispiel erwähnt, dass sie nur zwei Stunden schlafen müssen pro Tag. Und wie viel das sie leisten können und so weiter. Und das haben auf der einen Seite irgendwie klar gemacht, ohne das Wort zu verwenden, dass sie eigentlich konstant in einem Stress sind, aber dass sie das eben händeln können. Und ja, gerade im Fall von Steve Jobs, der sehr früh, zu früh, gar an Krebs gestorben ist, muss man sagen, ja, vielleicht war es dann halt doch nicht so toll. Also, genau, das geschieht, das physische geschieht und das psychische geschieht eben auch. Ein Stress kann natürlich zu Ängsten führen, zu Angststörungen daraus. Da wird eine Angst auch gerne mal gefüttert und grösser gemacht, als sie eben sein müsste. Eben, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit. Also, es gibt so viele Ausprägungen auch und Symptome von Stress auf der psychischen Seite, dass man schlussendlich sagen kann, ja gut, ich bin einfach nicht mehr leistungsfähig. Ich will, wieso auch immer dieser Stress entstanden ist, aber ich will irgendwie doch zu viel, irgendwas, das alles stresst mich. Ich mache dadurch mehr Fehler und dann komme ich in meinen Teufelskreislauf und einfach rein. Das hatte Konsequenzen, sei es beim Selbstbewusstsein, bei den Ängsten. Und ich glaube nicht, dass konstant gestresste Menschen grundsätzlich positiv sind. Du wirst negativer und negativer. Weil du das auch mehr wahrnimmst, wahrscheinlich. Und langfristig kann, genau, wenn man langfristig Stress hat, dass es wirklich dazu kommen kann, wie du Andi schon gesagt hast, dass wir Angstzustände haben, Panikattacken aus dem Nichts, Burnout oder auch Depression. Und wenn wir vor allem negativ oder wenn wir Stress haben oder langfristig Stress haben, kann es auch sein, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir das versuchen auch irgendwie auszuschalten und dass wir dann halt irgendwie zu Alkohol greifen oder auch vielleicht zu Drogen greifen, um da einfach eine Pause zu haben, um die Gedanken, die wir haben, um uns Sorgen zu machen und das wieder Stress auslöst, dass wir das einfach mal einen Pausen-Button drücken können. Und das macht ja sogar auf eine seltsame Art und Weise, gar nicht mal so seltsam, eigentlich auch Sinn. Alkohol, aber auch zum Beispiel Marihuana, wie man es normalerweise kriegt, das sind ja Downer. Die bringen einen runter und der Stress bringt dich rauf. Und ich finde es, also lass uns auch mal später über Alkoholismus reden, natürlich ein Riesenproblem, aber das Glas Wein kombiniert mit einer bewussten kleinen Auszeit beim Trinken dieses Glases mit meiner Partnerin oder meinem Partner, das ist dann ein sehr positiver Downer, der mich da runterbringen kann. Natürlich kenne ich auch, und ich glaube, wir kennen die alle, gestresste Menschen, die dann halt eben die ganze Flasche trinken, damit sie überhaupt irgendwie an irgendeine Ruhe kommen, sich eigentlich de facto anästhesieren, damit sie überhaupt schlafen können, wenn der Stress so stark ist, dass eben die Schlaflosigkeit kommt. Da wollen wir nicht hin, ist schon klar. Auf der anderen Seite das Rauchen, ich bin ja selbst Raucher, ich bin nicht wahnsinnig stolz drauf, ich versuche es immer mehr als Genussraucher zu sein, gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Aber das Rauchen ist ja gerade das Gegenteil, das ist ja noch perfide. Also das ist der typische Fall von, ich bin gestresst und ich habe ein Problem und ich muss es jetzt lösen. Okay, ich gehe schnell auf die Terrasse raus, im Büro darfst du ja sowieso nicht mehr rauchen, also gehe ich schnell auf die Terrasse oder vor das Haus und rauche eine und dann kommt die Lösung. Und quasi das Entstressen ein Stück weit. Und das habe ich dank, in Anführungszeichen, der Zigarette. In Tat und Wahrheit habe ich meinen Körper noch mehr geschändet, als ich das sowieso schon mit dem ganzen Stress gemacht habe, den ich zugelassen habe, weil ich vielleicht nicht gut organisiert war oder unpünktlich war oder was auch immer. Wieso auch immer. Ich bin eigentlich in Summe mehr gestresst. Auf der anderen Seite, wenn ich denn rauche, das heißt bewusst rauche ich, ziehe diesen Rauch ein und atme tief durch. Das kann mich ja dann auch letztendlich wieder entspannen, dass ich einfach die Zigarette dafür nehme. Dadurch, dass ich einfach das tief einatmen muss, mache ich dann einige Male und kann dann sagen, okay, tief durchatmen und jetzt gehe ich wieder ins Meeting oder wie auch immer. Das wäre das Glas Wein, statt der ganzen Flasche. Genau. Und irgendwann, ja, so ehrlich muss man sein, ich kenne doch sehr, sehr wenige Freunde und Kollegen und überhaupt Menschen, die drei Zigaretten am Tag raufen. Du rauchst nicht oder du rauchst die ganze Schachtel. Genau. Jetzt haben wir immer vom schlechten Stress oder fast nicht immer vom schlechten Stress, vom Distress geredet. Und jetzt gibt es auch den Guten. Und genau, auch der kommt vom genau gleichen Ort her, das nennt man den Eustress. Und diese Seite dieser Medaille, die kommt vom gleichen Ort her. Ja, also wir, wenn wir schnell sind bei der Sportveranstaltung im Rennen und das Adrenalin da zum richtigen Zeitpunkt ausschütten konnten, dann hat das immer noch was mit dem Löwen hinter dem Busch zu tun. Und gerade Sport, sich dort pushen können, aber auch Sport sehen, mit dem Team im Stadion mitfiebern, Gefühle bewusst pushen, eben das Achterbahnfahren ist da so ein Stichwort, bewusst sich in den Stress reinbegeben, damit die Hormone ausgeschüttet werden. Die machen ja was Cooles, vermeintlich, oder? Aber das Adrenalin zu spüren. Aber da ist es klar, da gehen wir mit Positivität rein. Wir wollen positiv was Cooles, Emotionales erleben und dann tun wir das auch und das tun wir mit Hilfe, dieses Stress, den wir selber auslösen. Also es ist total cool, wenn ich im Match geschaut habe und meine Mannschaft gewinnt. Das ist cool, Adrenalin zu haben. Man grinst nur noch, man umarmt andere Leute, manchmal vielleicht auch fremde Leute, hat total viel Spass. Und das ist schon schön, also den positiven Stress wirklich umzuwandeln. Und eben, es ist eindeutig, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, weil wir einfach so auf der Strasse oder am Hauptbahnhof in Zürich nicht wildfremde Menschen umarmen würden. Normalerweise nicht. Und das ist auch ein Gefühl, was man immer wieder auch erleben mag. Also es kann auch so ein bisschen süchtig machen. Oder die Hoffnung, wenn man irgendwie ein Fussballmatch schaut, dass natürlich die eigene Mannschaft gewinnt. Es gibt ganz bestimmt Eustress-Junkies, die das suchen. Es gibt ja, also das weiss man, es gibt so eine Achterbahnsucht. Die hat sogar einen tollen Namen. Kann ja einer von unseren Hörern mal googeln und schreiben. Aber es gibt Menschen, die sind Achterbahnsüchtig. Und die brauchen das. Die brauchen den Adrenalinkick und die kriegen den nur, indem sie auf die krassesten Achterbahnen gehen. Und irgendwann genügt die im Europapark nicht mehr. Sie muss irgendwo auf der Welt, wo es noch eine höhere gibt, dann demaschleckchen hin. Genau, die reisen dann um ihren Wunsch nach Eustress, nach, ja, das ist dann eben, es ist dann halt auch schon wieder ein Problem. Jeder von uns kennt die Symptome sehr gut. Und jetzt, ja, was machen wir jetzt damit? Wie können wir damit umgehen? Was kann jeder von uns, von euch jetzt machen, wenn wir merken, dass wir in einer stressigen Situation sind oder sogar in einer stressigen Phase? Was können wir machen, Nicole? Was können wir machen? Ich glaube, es ist, wir haben ganz unterschiedlichen Techniken, die wir machen können. Aber ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt, sich regelmäßig einfach mal eine Auszeit zu nehmen und sich erst mal zu fragen, okay, habe ich jetzt gerade Stress? Wie geht es mir überhaupt? Dass wir überhaupt merken, dass wir gestresst sind. Weil manchmal, ich habe Situationen, dass ich gar nicht merke, dass ich gestresst bin. Und wenn ich dann merke, ich habe wieder Zähne geknirscht, so, oh, was ist denn eigentlich heute im Laufe des Tages passiert? Und dass ich mir dann eingestehen muss, okay, ja, es war doch stressig. Wie könnte ich das erst mal machen? Also das Erste ist wirklich, dass wir erst mal erkennen, dass wir Stress haben, dass wir uns zu Nein hören. Sondern das wäre also das Erste. Und dass wir, wenn wir uns vor allem die problemorientierte Stressbewältigung anschauen, dass wir erst mal schauen, habe ich denn gerade ein Problem? Wie sieht das dann aus? Warum bin ich denn überhaupt gestresst? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ich bin gestresst, weil ich zu spät bin. Dass man sich auch fragt, was kann ich zukünftig besser machen? Okay, ich fahre eine Viertelstunde früher los und versuche, dementsprechend pünktlich zu sein. Dass diese Dinge, die Stress auslösen und die ich mit Maßnahmen umgehen kann, dass ich da versuche, erst mal mir das bewusst zu werden. Und zweitens, dass ich versuche, regelmäßig, wenn es um zu spät kommen geht, dass ich früher losgehe, damit ich nicht mehr in diesen Stress komme und den entsprechend vermeiden kann. Dann gibt es auch noch Entspannungstechniken. Dass wenn ich merke, dass ich vielleicht gerade in stressigen Situationen bin, dass ich ein Projekt habe oder dass die Arbeiten wenig stressig ist, dass ich mir bewusst Pausen einbaue. Dass ich wirklich sage, okay, ich gucke mir mal meinen Terminkalender an. Ich mache um 9 Uhr eine Pause für mich alleine. Sagen wir mal, es muss nicht lange sein, 5 Minuten. Dass ich dann wirklich effektiv mir anschaue, okay, ich habe für mich Zeit, einfach das, was jetzt geschehen ist, in den letzten paar Stunden reflektieren kann. Dass ich tief durchatme. Und das holt dann meistens auch meinen Körper erst mal wieder runter. Weil wenn ich Stress habe, dann kann ich auch manchmal in die Schnappatmung kommen. Dass ich wirklich sehr tief oder sehr flach atme. Und ich merke das manchmal gar nicht. Dafür, wenn ich das auch bemerke, dass ich kurz Zeit für mich nehme, ein, zwei Minuten tief ein- und wieder ausatme. Das hilft dann wirklich schon und kann den Körper runterbringen. Oder wenn ich die Möglichkeit habe und ich eine Mittagspause mache, dass ich einfach in die Natur gehe, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, einen kurzen Spaziergang oder kurz um den Block gehe. So, dass ich wirklich mich auch bewege. Weil Bewegung tut gut. Dadurch, wenn ich mich bewege, kann ich auch bestimmte Stresshormone wieder abbauen, die der Körper dann ausgeschüttet hat. Und wenn ich dann um den Block bin, vielleicht auch ein wenig weiter schauen kann. Das hilft ganz oft schon. Und dass das uns ruhiger werden lässt. Das sind so die ersten Themen. Sonst, wenn ich mehr Zeit habe, was ich dann gerne auch mache, ist einmal in der Woche mir eine Stunde Zeit nehme und dann reflektiere. Und wenn ich merke, dass ich zu stressige Zeit habe, dass ich mir angucke, wo hatte ich Stress und vor allem warum. Was hat das für mich ausgelöst? Welche Erwartungen hatte ich vor allem an mich selbst? Und meistens ist es bei mir so, dass ich zu hohe Erwartungen an mich selbst habe. Die anderen das gar nicht haben an mich. Und diese hohen Erwartungen lösen wirklich Stress aus bei mir. Und dass ich genau auch meine Glaubenssätze hinterfrage. Das heißt, was muss ich denn machen? Muss ich das denn wirklich? Muss ich alles immer perfekt machen? Nein, muss ich nicht. Dass ich genau diese Glaubenssätze mir auch aufschreibe. In welcher Situation haben welche Glaubenssätze bei mir Stress ausgelöst. Und dass ich dann auch, wenn ich das aufgeschrieben habe, sehe ich es erst mal. Das ist aus meinem Kopf raus. Und es ermöglicht mir dagegen, also daran zu arbeiten. Dass ich auch für mich wirklich entscheiden kann, muss ich denn die Erwartungen, die ich in mir selbst habe, überhaupt erfüllen? Nein, meistens nicht. Und wenn ich es nicht mache, was passiert dann? Und wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, habe ich ganz oft die Antwort schon gehabt, es passiert ja gar nichts. Oder eher die Erfahrung gemacht. Ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich eine bestimmte Aufgabe im Job nur für mit, also aus meiner Sicht 80 Prozent mache. das kommt super an. Die Personen haben Feedback gegeben. Dann habe ich es eingearbeitet. War gar nicht so schlimm, dass ich nicht alles aus meiner Sicht 100 Prozent oder 120 Prozent gegeben habe. Und das entspannte mich dann wieder, die Erfahrung. Dass ich mir wirklich regelmäßig diese Zeit, sagen wir mal eine Stunde Zeit in der Woche nehme, und dass ich dann genau mir die Punkte angucke. Was wirklich auch ganz oft vor allem stressigen Zeiten wieder die Herausforderung ist, dass ich mir die Zeit wirklich nehme. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es mir viel mehr hilft, dass ich diese Zeit mir auch wirklich nehme. Was du jetzt ja gerade gesagt hast, ist eigentlich, es gibt Stress, gestresst sein, aber es gibt eben auch vor dem Stress und nach dem Stress. Und wie bei so vielen anstrengenden Dingen und Erlebens in unserem Leben, ist es ja so, dass wir, wenn wir nicht mehr in dieser anstrengenden Situation sind, einfach so erleichtert sind, dass wir das nicht mehr sind, dass wir dann eben üblicherweise nicht über diese Situation nachdenken möchten. Das ist sehr menschlich, sehr normal. Und das Wissen, dass es hilfreich sein könnte, in einer solchen Situation, als Selbstreflexion da reinzugehen, das genügt sehr häufig nicht. Über Selbstreflexion werden wir bei anderer Gelegenheit noch mehr reden, aber nur so viel. Es ist unglaublich einfach, das zu machen und es ist unglaublich schwierig, es zu starten. So eine Selbstreflexion. Und ich bin seiner Meinung, und das andere, das vor dem Stress, das war ja die Prophylaxe, da kommen wir auch noch drauf heute. Wie komme ich überhaupt nicht da, wie komme ich nicht mehr da rein, in diese spezielle Situation, eins nach dem anderen, eine Situation nach der anderen, anschauen? Wie kann ich die überhaupt vermeiden? Und ich glaube, du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, eins nach dem anderen. Wenn ich mir jetzt vornehme, okay, wie kann ich nie wieder gestresst sein? Löst ja auch schon wieder Stress aus, weil ich muss ja in so, so vielen Dingen arbeiten, dass ich nie wieder gestresst bin. Ich glaube, das Wichtige, was uns hier im Podcast wichtig ist, wenn ihr vielleicht eine oder maximal zwei Sachen erstmal rausnehmt und sagt, okay, daran möchte ich jetzt wirklich arbeiten. Und wenn ihr das schon habt, dass ihr den Podcast nochmal anhört und dann vielleicht eine zweite Idee mit rausnimmt. Und das ist wirklich wichtig, eins nach dem anderen und Schritt für Schritt, weil alles andere überfordert einen, dann wieder demotiviert einen und dann sind wir am gleichen Punkt. Und da gibt es noch so ein bisschen mentale, ich sage es mal, Tipps und Tricks, wie ich jetzt das gerade handeln kann, wenn ich drinstecke. Was ich irgendwann im Verlauf meines Lebens festgestellt habe, ist, egal wie gestresst das ich bin, ich bin nicht ausgebrannt, ich bin nicht energielos, vielleicht bin ich schwächer, aber ich kann da noch was. Also versuche ich mir da noch was zu holen und meine Konsequenz daraus war eigentlich und ist jetzt, je gestresster ich mich fühle, desto mehr muss ich mich jetzt ja, ziemlich schnell damit auseinandersetzen. Indem ich irgendwas durchbreche, das ist, was du erwähnt hast, mit okay, ich gehe jetzt mal schnell um den Block. Da gibt es immer Zeit dafür. Gehe schnell zum, auch wenn ich im Büro bin, ich brauche schnell zwei Minuten, ich bin zusammen, komme gleich wieder. Die Reaktion darauf ist meistens, ja okay, ist in Ordnung. Völlig okay, du kannst ja auch aufs Klo, es geht auch zwei Minuten, also was soll's. Und da einfach, einfach mal ausbrechen, mal schnell, mal schnell Stopp machen. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast oder zum Beispiel gestresst bist, weil du weisst, ich habe morgen was und das stresst mich jetzt schon und ich werde schlecht schlafen, weil ich morgen was habe, ein Gespräch, irgendein Workshop, den ich geben muss oder irgendeine Leistung, die ich erbringen muss und sie stresst mich, dann gibt es den Trick mit dem, ich nenne das Argumentarium, ich mache mir ein Argumentarium und die kleinste Version dieses Argumentariums ist die Frage, was kann im schlimmsten Ball passieren? Was ist das Allerschlimmste, das passieren kann? Und was nie bei der Antwort auf diese Frage rauskommt, ist, der Löwe frisst mich. Das passiert einfach mal nicht. Und Antworten auf diese Frage waren bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel, mein Arbeitgeber kündigt mir. So geschehen. Und tatsächlich hatte ich genau die Situation, ich hatte einen Stress vor einem Meeting und ich hatte als Worst-Case-Szenario, was kann im schlimmsten Fall passieren, war, mein Arbeitgeber kündigt mir. Und ich hatte die Situation, dass das tatsächlich so geschah, ich habe dann vorher gekündigt, aber der schlimmste Fall ist eingetreten, aber ich war darauf vorbereitet, ist in Ordnung, weil ich in meinem Argumentarium gesagt habe, das ist der schlimmste Fall, wie reagiere ich darauf? Ja, okay, so be it, dann mache ich halt was anderes, ist in Ordnung, dann scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein, für mich, okay, weiter geht's. und dann bringt man das runter. Wenn man das Argumentarium dann ein bisschen grösser macht, sagt man, ja, das ist nicht nur der schlimmste Fall, sondern wie kann jetzt sich etwas entwickeln? Also ich habe ein Meeting, was kann geschehen, wer ist beteiligt, was, worauf muss ich achten, auf was muss ich, für was muss ich gewappnet sein, was kann geschehen und was ist dann meine Reaktion drauf? Und das beruhigt mich extrem. Es kann ein Meeting sein, aber irgendein anderes zusammentreffen oder eben überhaupt das Erbringen irgendeiner Art von Leistung. Okay, wenn es schief geht, was passiert? Und wie du sagst, üblicherweise passiert gar nicht so viel und vor allem nicht, also ja, wenn jetzt Gehirnchirurgen zuhören, ja, da geschieht ein bisschen mehr, ist klar, euch sprechen wir nicht allzu direkt an, aber auch hier habt Meetings, bei denen nicht das offene Gehirn eines Patienten vor euch liegt. Das andere ist priorisieren, einfach mal wieder reinschauen und sich überlegen, hey, ist das wirklich so wichtig? Also im Fall, ja, das Schlimmste, was geschehen kann, ist, dass mir gekündigt wird. Okay, aber wie wichtig ist denn die Arbeit in meinem Leben? Ist sie mir vielleicht zu wichtig? Ist das Leben sonst eigentlich nicht viel wichtiger? Also, okay, nicht, das repriorisieren, immer wieder anschauen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben, führt dazu, dass ich wahrscheinlich ja, die Welt wieder ein bisschen entspannter und realistischer sehe? Ist eigentlich auch noch ein schönes Ergebnis von, genau, von dieser Reflexion, den Fragen stellen, um einfach mal zu schauen, was könnte am schlimmsten Fall passieren und wie wichtig ist mir was dann? Und wer weiß, vielleicht wird mir dann klar, dass ich gerade Kraft auf ein Thema verwende, wo ich viel zu viel Energie reinstecke und andere Themen priorisieren sollte, wie vielleicht mal irgendjemanden mal wieder anrufen. Also, das hatte ich ganz oft, wo ich dann einfach gesagt, hey, bei dem und dem habe ich mich nicht gemeldet, schwupp angerufen und hatte ein schönes, nettes Gespräch, habe von meiner aktuellen Situation gesprochen und derjenige hat mir das in Relation gesetzt und nach diesem Gespräch kam dann raus, ja, eigentlich ist das Problem überhaupt gar nicht so groß und das hat mich komplett wieder entspannt. Finde ich extrem wichtig, gerade auch darum, weil das Umgekehrte, das geschieht ja sowieso. Es gibt immer wieder Menschen, die uns dann auch in einen Stress reinquatschen können, also nicht nur raus, so wie du jetzt gerade, sondern rein im Sinn von, ja, aber die, ich sage jetzt mal, die Mutter, meine Mutter ist zum Glück nicht so, aber es gibt schon dann die Mütter oder Väter, die uns dann auch mal gesagt haben, ja, aber du musst doch und das ist doch wichtig und man muss doch und das ist eine tolle Überleitung zu Thema Glaubenssätze, Gedanken und ja, das wäre auch noch ein sehr spannender Podcast. Genau, und jetzt, also, so zusammengefasst, was können wir denn tun, also, prophylaktisch, im Vorfeld, dass wir gar nicht in, in diese oder jene stressige Situation reinkommen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, die ist, also, es heißt, kognitive Bewertung, dass wir uns einfach anschauen, wo sind wir denn gerade, was ist die Situation, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, wie interpretieren wir das gedanklich, was löst uns Stress aus und dass wir dann eine neue Beurteilung durchführen, wie, was könnte jetzt im schlimmsten Fall passieren, also, wie du es jetzt gerade so schön beschrieben hast. Genau, nennt man auch Antizipation, ich gehe mal davon aus, dass das und das geschieht, ich antizipiere und schaue, was das bei mir auslöst und meistens stelle ich fest, ja, ich habe eine Lösung dafür, jetzt schon, ich habe eine Idee, das ist mein Argumentarium, ich antizipiere Dinge, mögliche Outcomes von irgendetwas, genau. Was auch noch helfen kann, ist vor allem, wenn ich in einer stressigen Situation bin, dass ich kurz anschaue, wie ist gerade die Situation, warum bin ich da reingekommen und dass man vor allem aus dieser stressigen Situation sich auch Vorteile, also, was für Vorteile kann ich daraus nehmen, was habe ich zum Beispiel gelernt über mich selbst, was kann ich vielleicht wertschätzen, also Stress kann ja auch in ganz unterschiedlichen Situationen auftauchen, wenn zum Beispiel eine sehr nette Person irgendwie gegangen ist oder so etwas, das kann auch sehr großen Stress auslösen, dass ich dann auch sage, okay, was hatte ich denn von dieser Person, was habe ich von ihr gelernt, natürlich tut es auch sehr weh, je nachdem, in welcher Phase ich bin, dass man dann wirklich gucken kann, also Vorteile auch sich rausziehen kann. Es ist nicht einfach, das könnte vor allem auch den Stress positiver bewerten. Oder um unser Beispiel von vorher dazu wieder zu verwenden, wenn wir unpünktlich sind beziehungsweise uns das stresst, dass wir in Sitzungen oder früher ins Schulzimmer, bei mir war es dann das Schulzimmer schon als Schüler, oder du kommst zwei Minuten nach der Schulglocke kommst du ins Schulzimmer und das ist übel, oder, so eine stressige Situation und Entschuldigung und ich... Und alle schauen auf dich. Genau und und der Vorteil ist oder was ich jetzt lernen kann, ist, wie organisiere ich mich selber und irgendwann kannst du das und machst du das und das ist etwas Tolles. Eben, du hast etwas gelernt, du hast gelernt, dich besser zu organisieren Was ich auch gerne mache, ist Sport treiben. Also ich jogge sehr gerne und wenn ich wirklich zu viel Stress habe, dann schnappe ich mir meine Laufschuhe und sage erstmal so, ich bin jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde bin ich jetzt offline, ich bin nicht erreichbar und dann laufe ich einfach. Das Schöne, ich habe direkt einen Fluss bei mir in der Nähe und dann wird um diesen Fluss gelaufen und es ist erstaunlich erstmal, die Gedanken kommen und gehen und nach dem Laufen erstmal bin ich erschöpft, weil die ganzen Stresshormone möglichst abgebaut sind und die Probleme sind ganz oft viel, viel kleiner. Dann überlege ich, ja, was haben wir da für eine Situation und merke danach, manchmal habe ich mich viel zu, viel zu, viel zu ernst genommen. Nimm das mal nicht so ernst, nimm das mal nicht so persönlich und dass ich dann so erschöpft bin, dass ich gar keine Lust habe, mehr darüber nachzudenken und dann vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schlafe und dann sind die Probleme und die Themen viel, viel kleiner und das hilft mir dann. Und vor allem auch in der Natur einfach die Vögel, die Bäume, das Wasser, die Geräusche, die man da wirklich so aufnimmt oder manchmal auch welche Tiere man so sieht, da komme ich irgendwie runter und dann kommt auch ganz oft irgendwie die Dankbarkeit, dann kommt die Dankbarkeit über, hey, du bist gesund, freu dich drüber und lass dich nicht stressen und Dinge werden, wie gesagt, einfach kleiner. Es sind alles Reality-Checks, oder? Die in der Natur sein, Sport treiben, den Körper fühlen, überhaupt ein Hobby betreiben, das einem Spass macht, in meinem Fall zum Beispiel Musik spielen. Und das ist eine Realität, die viel, die eben real ist. Das ist ehrlich. Das ist das Leben. Und der Stress, der kommen kann, oder mit dem wir vielleicht schon sind, das ist ja üblicherweise nicht real. Nur schon das Subjektive sagt uns, das ist nicht real. Er ist real für mich, ich empfinde den, ich bin gestresst, aber er müsste nicht sein. Und so ein Reality-Check über den Körper, über das Abgrenzen, über das Loslassen, über das Gelassen-Sein, und da hilft Sport und Hobby und so weiter alles. Dieser Reality-Check, der hilft. Genauso wie Nein sagen, geht in die gleiche Rubrik rein, wie dieser Reality-Check. Nicht wirklich einfach. Nee. Nee, nee. Auf der anderen Seite, wenn man es wirklich schafft, Nein zu sagen, ist es ganz oft befreiend. Also zum Beispiel, ein Kollege fragt, hey, könntest du das noch machen? Und ich weiß eigentlich schon, dass ich für den ganzen Tag, für die ganze Woche schon zu bin. Und wenn ich dann Ja sage, bin ich eigentlich noch gestresster und habe dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil wenn ich ihm im Nachhinein sage, ich schaffe es dann nicht, dann denkt er, ich bin nicht zuverlässig. Und wenn man dann doch den Mut hat, Nein zu sagen, erst mal ist es befreiender so, ich habe nicht noch mehr auf meine To-Do-Liste draufgepackt. Und vor allem, was mir auch immer geholfen hat, nicht nur einfach Nein sagen, sondern sagen, warum, wieso, weshalb. Ich habe im Moment viel zu tun, weil erst mal ist da Verständnis da. Und wenn ich dann doch Zeit habe, das zu machen, ist mein Gegenüber viel positiver und dankbarer. Weil, oh wow, du hattest so viel zu tun. Hey cool, dass du dir schon die ersten Gedanken gemacht hast. Ich glaube, darüber machen wir auch noch mal einen Podcast. Ja, ganz bestimmt. Ich bin aber deiner Meinung, dass ich finde grundsätzlich, hat jeder das Recht, auf irgendeine Anfrage zu sagen, Nein. Und es hat niemand die Pflicht, das zu begründen. Aber, es hilft mir selber, wenn ich sagen kann, Nein, weil. Genau. Dann kann ich das Nein viel gelassener und überzeugter und mit weniger, aber ich sollte doch ja sagen, Stress aussprechen. Das ist schon mal cool. Und wenn ich das noch fertig bringe, mir gegenüber Nein, weil zu kommunizieren und dem anderen gegenüber Nein, danke. Im Sinne von, cool, dass du mich das angefragt hast, aber das kann ich nicht, das mache ich nicht, ich habe keine Zeit, aber danke. Ja, Nico, dies sind nur einige Möglichkeiten und Ideen, wie wir besser mit Stress umgehen können, auf ihn reagieren können und ihn vielleicht im besten Fall sogar im einen oder anderen Mal vermeiden können. Das Thema ist sehr gross, wir könnten noch länger über dieses Thema reden und weiter mit euch entdecken und das tun wir dann vielleicht einfach auch mal wieder so als Refreshing zu einem späteren Zeitpunkt. Und hier die heutigen Adler- und Koala-Beer-Takeaways. Takeaway 1. Wir haben uns angeschaut, was Stress ist und haben entdeckt, dass es guten und bösen Stress gibt. Takeaway 2. Wir haben uns angeschaut, wie sich Stress körperlich und psychisch äussern kann. Takeaway 3. Wir wollten wissen, was jeder Einzelne tun kann, um stressige Situationen und Phasen besser zu überstehen. Zum Beispiel merken, dass wir im Stress sind, problemorientierte Stressbewältigung, was für ein Problem habe ich und wie kann ich es lösen. Eine andere Möglichkeit wäre, Entspannungstechniken anzuwenden, wie durchatmen oder im Wald kurz spazieren gehen, Reflexion der eigenen Erwartung an mich selbst. Takeaway Nummer 4. Wir zeigen euch Ideen auf, wie wir prophylaktisch im Vorfeld schon handeln können. Zum Beispiel durch kognitive Bewertung. Das heißt, in welcher Situation bin ich und wie bewerte ich das? Man nennt es auch gerne Reframing. Oder bewusst entscheiden, welche Dinge ich wirklich tue und welche ich nicht tue. regelmäßig Zeiten für Selbstreflexion einbauen, Sport- oder Freizeitphasen einbauen in seinem Alltag und auch, was noch eine Möglichkeit wäre, bewusst Nein sagen zu Themen. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder eure Erfahrung mit uns teilen wollt oder auch weitere Ideen habt, welche Themen euch weiter interessieren, lasst uns gern einen Kommentar da. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Eben zurück! Eure Nicole Wir freuen uns, und die